recht herzlich willkommen zu 183 folge vom kerbel space programm ja wir sind auf dem weg dahin und sind mit diesem werk hier unterwegs nur was ich hier gerade sehe wir haben ja kein sprit mehr ist dem so tatsächlich wir sind so gut wie abgebrannt sind wir dann auf einer umlaufbahn die uns auf jeden fall nicht schaden kann jetzt ich glaube ja das heißt wir können die geschichte hier wohl abbrechen weil wir definitiv nichts mehr machen können mit dem bisschen sprit den wir dann noch haben das war es dann wohl ja das ist ja nix die aktion ist leider gescheitert ja bedeutet wir müssen jetzt eine rettungsaktion nicht für der fort machen aber auch für die beiden hier das ist schon mal schlecht na türen öffnen frachtraum ansehen ja die kiste die wir auch nicht zurückfliegen das heißt sie können auch gleich hier übertragen denn er wird ausgefahren mal solarzellen dran naja das sollte man auf jeden fall noch gucken dass das schlecht passend in die sonne gedreht wird wo sind die solarzellen denn ach da sind sie ok so dann haben wir immer strom das sollte auf jeden fall noch so weit funktionieren das hat man gemacht da ist der gu den können wir auch noch mal schicken das ist auch fertig jetzt müssen wir noch das thermometer finden und so das brauchen wir immer auch das ist schon erledigt sozusagen das haben wir vorher schon mal gemacht und jetzt haben wir hier noch das barometer und das ist auch schon erledigt ja was haben wir dann noch den haben wir gerade gemacht das war es dann diese experimente sind durch ja sonne ist da drauf der ist dahinten am fliegen das einzige was zu überlegen wäre ob er hier mal irgendwann so nahe ist dass er hier rüber steigen kann weil das wäre dann ja einfacher die einzuladen ja müssen wir noch mal überlegen was wir da machen ja das war eine schlechte planung würde ich sagen pakete zu klein wo haben wir das verbraucht das ist die frage kein ziel doch ein ziel ok dann können wir aus der mission auf jeden fall raus weil hier brauchen wir dann nicht bleiben da können wir ins zentrum zurück ortung zentrum ortungsstation nee das war jetzt verkehrt können wir gerade noch mal nach der zeit gucken von der anderen geschichte die jetzt immer noch da ist steht sieben tage und das ist hier gut aber da brauchen wir alle nicht wir können jetzt einfach auf kerbin zurück hier rein und nochmal genau überlegen was wir brauchen um die jetzt wieder zu holen tja laden wir mal die alte rakete die wir gerade hatten das war die minu aus v5 das war die minu aus v5 müssen wir mal den ballast abwerfen würde ich sagen den brauchen wir jetzt nur nicht würde ich sagen Forschung haben wir gerade gemacht das ist soweit gut aber wir müssen ohne piloten durch die gegend fliegen das heißt wir brauchen eine steuereinheit landebüchse Kuppelmodul das hex war das ne oder kann man aber da irgendwie nicht so schick dronne machen das war auch da ist ein riesen ding ja das müssen wir irgendwo einbauen dann oder lieber das struktur wo waren dieses teil wo man das reinbauen konnte Nutzlast war das hier ah hier war das warte dann machen wir den erst weg den da dran ne und der wird dann da reingebaut richtig so dann hat das wieder eine aerodynamische form öffnen wir das mal öffnen wir das mal zoomen da mal ein bisschen ran kann man vielleicht die batterien dann noch einbauen sieht jetzt nicht so aus ne sind wir die batterien los geht noch zu ne kann dann sein aber ich sehe die zweite gar nicht mehr wo sind die jetzt geblieben da unten klebt sie dran oder was oh das ist ja jetzt spannend ne kriegt die da wieder weg gar nicht ne mach so nochmal dran fallschirm weg hm lass das drinnen pack das ganze ding an drehe es einmal um und nehme jetzt die batterie da weg weiß nicht ob so rum besser ist oder so rum keine ahnung schließen geht da ist wieder dranne öffnen dranne bauen thermometer dranne bauen den kub packen wir da nicht mehr rein weil da passt da sowieso nicht rein ne und die sind auch similtrisch dann passt das schon gut ja ist die frage wo wir hier jetzt noch weniger oder mehr haben müssen der ist ziemlich groß ich den jetzt weg nehme den austausche und den nochmal dran gehe erstmal hier auf die tanks das ist die frage oder wird es instabil das hatte schon uns der mordrack glaube gesagt ne allerdings sind wir relativ gut hochgekommen letztes mal meine ich ist kein turm da vorne gewesen weiß ich jetzt auch nicht die soda bestanden glaube ich nicht oder so mal raus könnte funktionieren Wie sieht es mit dem Schwerpunkt aus? Ja, machen wir so, oder? Wie nennen wir das Ding? V6. Machen wir das. Speichern das Ganze. Und hoffen, dass wir das Ding hochregen, A1. Das ist auf Volllast, das ist jetzt nicht auf Volllast. Warte mal, was haben wir jetzt hier gerade falsch? 51 Prozent. Irgendwie zeigte mir nichts an. 4 Uhr ist falsch. Das ist mit Atmosphäre. Zona. Zona. Ich muss doch hier eine Anzeige haben, oder? Alle drei rausschmeißen. Ich muss doch hier den TBR haben. Die drei wechseln. Ist die Kiste irgendwo nicht verbunden, doch. Ja, jetzt ist es ganz komisch gerade. Ne, den brauche ich noch. Du hast noch eine Admin. So, was ich jetzt hier sicher tun? für mich da hinten das angepackt auch wieder das passt wieder hat man ja da lachen lachs aber vielleicht sogar kann das sein jetzt habe ich gerade eine anzeige jetzt ist sie wieder weg ok jetzt soll ich damit noch was an nichts daran dass ich jetzt hier den dran habe ja dann ist es weg dann liegt es wahrscheinlich daran dass ich das hier noch nicht passend zugeordnet habe kann das sein ist aber soweit eigentlich zugeordnet oder ja dann lass die gerade weg stelle das passend ein das ist ein bug oder was irgendwas läuft hier gerade ziemlich schlecht oder kann das sein das lassen wir jetzt so das packen wir jetzt wieder daran so jetzt speichern wir die nummer ab und dann schauen wir mal in der nächsten folge dass wir die dann an start kriegen und hoffen dass das funktioniert das muss absprengen klar das startet mit denen zusammen ist auch richtig dann wenn die leer sind werden die abgesprengt dann geht das rum ja eigentlich ist alles richtig warum die anzeige mir gerade 0,0 zeigt habe ich keine ahnung drum naja wir werden sehen ok dann machen wir jetzt erst einen cut ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss